Noch einmal aus Wien, Henrik Santo! Hi. Ja, danke, dass ich noch was vortragen darf. Schön, dass du dich freust. Der Text heißt, was bleibt. Flocken in Sagen, sich leise der Wolken, ganz langsam beginnt es zu schneien. Kristall um Kristall bricht im Gerippe der Stadt die Nacht der Nächte herein. Diese Stadt war mal schillernd, mal mächtig, mal groß. Zwei Teile entlang der Donau gesäumt, Brandbomben, Artillerie und Soldaten haben sie kürzlich von Deutschen geräumt. Die Stadt ist ein Schatten, ihre Schattens von einst ein taumelnder Löwe, die Pranken zerschossen. Die neuen Genossen haben die Lücken der Straßen mit Plattenbauten geschlossen. Der Schnee bedeckt schon Ziegel und Zäune. Ein altes Piano bemüht sich. Wer die sein Film stünd unten in Lettern. Budapest, 1956. In einem Häuserzug in Bahnhofsnähe brennt nur etwas Licht. Der Klang von festgezurrtem Garn nimmt der Stille ihr Gewicht in einer kleinen Kammer kauernd, näht René Geschmeide in das Futter eines Mantels, damit es die Reise überdauert, die im Morgengrauen lauernd ihr und ihrem Sohn verspricht, was hierzulande Freiheit ist. Es ist Heiligabend in einem Land, das nicht mehr glauben darf. René ist das egal. Sie hat beide Weltkriege nur dann Glück und Glauben überlebt, ihren Nachnamen samt gelbem Stern abgelegt. Solche Sterne gab es hier viele, doch die meisten der Sterne erloschen, als Eichmanns Schergen die Sternenträger kolonnenweise erschossen. Und dann kamen halt die Russen. Der Ungar war ein guter Nazi, dann ein guter Kommunist. René ist nichts davon, was Grund genug zum Fliehen ist. Ihr Sohn Marius ist knapp 14, ihr Mann untergetaucht. Sie spricht rasch ein Gebet, ihrem Sohn weckt sie auf mit großem Gehen und kleinen Augen, kommt er aus dem Bett gekrochen. Die Taschen sind gepackt, die Mäntel fest verschlossen, alles von Wert. Tragen sie am Leib, was in der Stube noch glänzt, baumelt stumm am Tannenzweig. Marius schleicht hinüber, der Baum erbebt, als er ihn greift, nimmt eine kleine Silberglocke, lichtet den Anker der Vergangenheit. Jeder Schritt im Schnee, ein Abdruck, René mahnt zur Eile. Marius blickt zurück, sie nähern sich den Gleisen, er sucht nach seinem Fenster, während ihn ihr Sorge schwelt. René zählt zitternd die Minuten, seit die Deutschen weg sind, kommt jede Nacht der Zug zu spät. René verharrt am Gleis und fragt sich bloß, was bleibt. Was bleibt, ist Endstation in Dieur. In der Ferne graut ein Morgen, der Vater nimmt sie in den Arm, in ihren Blicken streiten, Sorgen, ob er sie alles habe. Ja natürlich, ja doch, ja. Es stehe ein Mann bereit, auf den könne man sich verlassen. Dem Vater gehen die Nerven, er greift zum Palinker, René greift das Geschmeide in den Taschen. Ein Bauer, der kein guter Kommunist, sondern Geschäftsmann ist, versteckt die drei unter einer Tonne Kartoffeln. Drei goldene Ringe erkaufen, geleit, mal schmiert er Soldaten, mal lügt er sie an. Nach einer Weile im Schoß der Angst landet die Familie im Burgenland. Und sie fragen sich, was bleibt. Was bleibt sind viele der Ungarn. 200.000 fliehen, gehen Wien. Renés Familie reist weiter nach England und sucht den Schutz im Schoß der Queen. Marius wird ein Brite und lebt nun in einem Internat. An Heiligabend klingelt nur die Silberglocke in der Stellennacht. Marius studiert in Oxford. Der Vater stirbt in London. Der Junge wird erwachsen. Die Mutter stirbt in Freiburg. Marius lebt recht glücklich. Hat nun mit Ungarn seinen Frieden. Jahr für Jahr am Tannenbaum sehe ich ihn die Silberglocke wiegen. Mein Vater ist jetzt Mitte 70. Er ist würdevoll gealtert. An Weihnachten wird er ganz still. Selbst nach vielen Jahren ist der Nachklang ungefiltert. Ich weiß nie, was ich ihm schenken soll. Denn was schenkst du einem Mann, der einst die Freiheit selbst zum Geschenk bekam? Mit mir als Sohn gibt er sich insgesamt zufrieden. Die Erinnerung an jene Nacht ist ihm Tag und Jahr geblieben. Er hat sie mir vermacht mit einer Frage, die ihn treibt. Und diese Frage stelle ich mir und euch. Weil ich es nicht weiß. Wenn da einer kommt, die Füße wund vom Gehen. Einer aus der Heimat, die so nicht mehr besteht. Was sagst du dann? Geh doch wieder heim. Es ist auch damals so gewesen. Frage dich. Frage dich. Was bleibt? Was bleibt? Vielen Dank.